2-2 Dialog 1 Entschuldigung, wie kommen wir von hier zur Museumsinsel? Das ist ganz leicht. Hier ist das Rote Rathaus. Daran gehen Sie vorbei bis zur Spandauer Straße. Dort gehen Sie geradeaus und überqueren die Karl-Liebknecht-Straße. Die nächste Ampel links in die Burgstraße. Dann immer geradeaus bis zur Museumsinsel. Dialog 2 Entschuldigung, wo geht es denn hier zum Nikolai-Viertel? Das ist nicht weit. Gehen Sie einfach hier über den Alexanderplatz bis zur Spandauer Straße. Links sehen Sie das Rote Rathaus. Gehen Sie einfach am Rathaus vorbei und Sie kommen direkt ins Nikolai-Viertel. Viel Spaß! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.